Wenn Sie das raussuchen dürfen, was wäre Ihre liebste Übung hier auf dem Platz? Jetzt ist aber doch irgendwo die Grenze. Jetzt gibt es dann gleich Prämie von Michelin. Lenkradhaltung ist aber nicht gut. Es ist immer noch 10 vor 2, bitte. Das geht aufs Material hier. Aber Leute? Vielen Dank.